Bahnsteig 2B bis E Railjet 797 nach Flughafen Wien über Salzburg Hauptbahnhof, Vöcklerbruck und Adnanbruchheim fährt ein. Die First Class und die Business Class befinden sich in Sektor B und C. Attention please! Railjet 797 to Vienna International Airport via Salzburg Hauptbahnhof, Vöcklerbruck und Adnanbruchheim is arriving at Platform 2B to E. The First Class and the Business Class are located in Sektor B und C. Railjet 797 to E. Untertitelung des ZDF, 2020